Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Terra mit eurem magischen Dreieck. Mr. Duri, Sashia, Akihoshimitsu und Mikandir heute aus der Instanz, dem Labyrinth des Schreckens. Hallöchen! Servus! Servus! Es ist also wieder soweit, die neue Instanz, unser neues, äh ja, wie soll man sagen, unser neues Abenteuer, neues Projekt. Ja. Und leider Gottes, als wir vorher rein sind, ist schon ein Film losgegangen, den können wir euch jetzt nicht mehr zeigen. Aber, Sashia, fassen Sie euch kurz zusammen. Sashiko. Ne, wir sind auf Kili gestoßen und, ähm, Helena und Elion waren schon hier und haben sich ihm gestellt und Kili hat Elion mit etwas abgeschossen oder einen Zauber auf ihn geworfen und ihn so beinahe getötet. Und ja, Helena hat uns jetzt die Aufgabe gegeben, Kili ihn zu töten. Genau, sehr gut, dankeschön. Applaus. Das heißt, wir haben in diesen gewaltigen, ja, in dieser gewaltigen Instanz nur ein 10 und zwar Kili ihn endlich zu vernichten. Er ist schon zweimal geflohen. Jetzt ist er dran, Freunde. Oh, oh, Chimäre. Chimäre, die brauchen wir nicht. Hunde oder Chimäre? Ich bin für Hunde. Ich auch. Aber die halten viel aus, die Panzerhunde. Ach, ist doch scheißegal. Wir müssen eh, am Ende müssen wir eh alles vernichten. Oh, Achtung. Alle, nee, das ist schwierig, oder? Ja, ich, wir müssen halt gucken, wie stark die Gegner sind. Was ist das, link geht da? Das macht mich ein bisschen... Da, das, Achtung! Wir reingriffen! Alter, die sind voll, Alter! Fuck! Ruhig. Äh, Leute! Die Gegner sind verdammt gut. Oh, verdammt, ja. Leute, wir wollten noch einen Trank trinken. Aber ich glaube, den nehmen wir erst später. Nee, ist mein Trank der Jagd. Echt? Ja, vorher habe ich mit Miki drüber geschwätzt. Ja. Also, wir trinken immer den schön, okay? Weil dann kriegen wir mehr EP. Okay. Erstmal Suche. Welchen habt ihr? Der große Trank. Ja, der große und den kleiner. Nimm mal der große. Ihr habt nur der große dabei. Habt ihr alle dabei? Ja. Okay, eins, zwei, drei. Sehr gut. Ah, war in Ordnung. So, jetzt. Was ist das? Lebt das Ding? Ich soll das mal angreifen? Wir müssen eh durch, Leute. Nett. Achtung. Passiert nix. Das macht mir ein bisschen Angst. Egal, komm, wir müssen weiter, Leute. Sonst geht das hier für fünf Jahre, das Projekt. Fuck! Die sind voll mächtig. Oh, Achtung. Was? Lebt das doch, oder was? Das hat uns gerade Angriff, aber... Oh, Miki. Todesmütig, gell? Das ist Agro. Sehr schön. Ah, das läuft. Bei der Statue, die macht irgendwie so'n, äh, wie so'n Rauch oder so'n Dampf. Aber die können wir nicht zerstören. Ne, aber da müssen wir aufpassen, da dürfen wir nicht reinstehen. Scheiß auf dem Boden, oder was weiß ich. Das ist blutig, ein Hinterhalt. Das erinnert mich irgendwie an was anderes hier, das Gebäude. In sowas ähnliche waren wir doch schon mal. Alter, aber wo müssen wir lang? Ist hier irgendwo... Halle der Schrei. War's denen schon mal schlecht. Achtung, habt ihr das gesehen jetzt? Ja, die Schallwelle. Das ist der Hund. Ah, der Hund, Achtung. Warte, ich schicke mal weiter hier zu uns. Erst noch mal ein bisschen herkommen. Auf geht's, Leute. Bäm, 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 bäm. Bäm, 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 bäm. Bäm, bäm, bäm. Sehr schön. Stückchen für Stückchen. So, nehmen wir die alle drei, oder? Welche? Warte? Das drin ist ein Boss, glaube ich. Ja, sie... Hä, Achtung, du greifst... Die greifen uns an, die greifen uns an. Was sind das für Viecher? Der Highlight-Agro, der Highlight-Agro. Mach'n raus'n Kreis. Leute, Leute, was sind das für Wesen? Achtung, die Geister, die Geister. Ich hab'n Hund geedit. Ich hab'n Hund geedit. Was ist das für Kreis im Modus? Hä, 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 hä. Hilf, hä. So viel? So viel? Fürscher. Einer staunen. Ichi hat Probleme. Das geht 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 geht. Nur noch der Hund lebt. Der Hund lebt. Der für Kreise? Wer macht die Kreise? Das ist jemand von euch. Nee. Nee. Achtung, vergiftet, vergiftet, vergiftet. Das wär'n mir neu, wenn ich... Wo geht der hin? Ach, der Hund. Der Hund rennt weg, der holt der Hund Verstärkung. Nee, nee, der kommt ja zur Tür raus. Och, was war das, ey? Was sind das für Kreise? Oh, scheiße, wir stehen direkt im Angriff von der Statue. Gehen wir jetzt erst durch oder gehen wir da gleich rein? Was stehst du jetzt für ein Kreis da, ne? Ich weiß auch, wo die herkommen. Ey, das ist total verwirrend hier, ey. Geh mal jetzt hier. Zum Korak? Auch so, oder geben wir erst nicht das Kämmerle hier? Das Kämmerle mal zum Korak. Ja, wir müssen ja sowieso... Korak? Ja, das... Quark. Maestro. Was ist das für ein Ding? Wollen wir das angreifen? Alle, das sind Menschen druck. Schwangere. Das ist echt voll krank. Passiert nix. Aber es hat eine Lebensanzeige. Ja. Aber wir können das nicht angreifen. Weil das ist richtig psycho das Ding. Ey, das ist voll die... Das ist voll die Irreanstalt hier. Ja, gehen wir mal nach hinten rein. Also, wir müssen den Korak vernichten, oder? Ja. Oh, oder Achtung, das sind überall solche Statue. Statue am Rand. Ja, wir müssen da jetzt rein, Leute. Ja. Los geht's, komm. Oh, Mann. Der Raum ist halt voll klein. Ja, die Statuen auch. Sashi, ich brauche... Instantil! Schild hast auch schon. Komm, haut ihn um, haut ihn um! Den kann man nicht zu leicht umhauen, den Tipp. Boah! Achtung, Achtung, Miki, Miki, Achtung! Ja, ich hab's gesehen, hab's gesehen. Der hat mich mal schön one-hitted. Alter, der ist übelst gut, ey! Warte. Sashi, bist du noch da? Ja. Warte. Versuch, dich zu heilen. Bis es geht. Jetzt. Ich komm wieder, bin wieder da. Boah! Boah, Trank ist eingeschmissen. Fuck, Alter! Jetzt aber jetzt, hämmern! Sorry, Miki, das ging schnell. Hm, kein Ding, kein Ding. Irgendwo öffnet sich eine Tür. War das ein Boss? Ne, ne? Ich glaube, das war so ein Mini-Boss oder so. Ja, wenn das ein Mini-Boss war, dann hallo. Da hab ich halt keine Bubble mehr. Oh man, Leute, ey. Weiter geht's, oder? Ja. Am besten gleich wieder hier raus. Erstmal Mana-Wedersammler. Alter, war der heftig. Okay, geh mal erstmal hier weiter, oder? Ja, was soll man sonst tun? Achtung! Irgendwo hat sich ja Tür geöffnet. Ja, wahrscheinlich irgendwo im dritten Stock. Hymere! Chaosgebieterin! Erstmal den Hund, oder? Ah, da hinten... Der steht allein da, der Hund? Zla... Zalori? Hey, wir sind hier... Boah! Warum seid ihr vergiftet? Ja, da ist... Statue. Irgendwas ist da. Die Statue hat uns vergiftet. Jetzt wissen wir, was sie macht. Was auch immer das Gift bezweckt. Oh, pass auf! Achtung! Achtung, Doreen. Gut. Oh man, ey. Das wird eine Herausforderung hier. Das sind auch wieder zwei Gegner. Wahrscheinlich müssen wir überall die Mini-Bosse hier machen, um die Tore zu öffnen. Ja, hier ist ein riesen Tor, das geht wahrscheinlich erst mal am Ende. Ja, dann machen wir jetzt erst mal das hier, oder? Ja. Erst mal die hier. Achtung, ich hab's schon geedit. Ja, aber sie soll von der Startrolle weg. Boah. Schild. Blitz. Erst erstaun. Komm her. Hä? Was war das? Hat sich voll nach hinten weggeportet, hä? Ah, der Schleicher war grad. War grad zu kurz. So. Da ist auch wieder ein Boss drin. Ja. Hier sind überall Bosse drin. Wo gehen wir zuerst rein? Da, komm. Ah, das sind keine Statue. Echt nicht? Nee. Okay, das ist schon mal gut, das ist schon mal besser wie vorher. Wagen wir's? Ja. Dann mal los. Sag mir mein Gefühl, dass hier Ads kommen. Skalori. Was geht? Oh, 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 oh. Wo ist sie? Ich hab's ja springen. Vor allem, die machen mit einer Attacke so viel Schade, die Gegner. Das ist richtig krass. Schock! Oh, ich hab's. Ich hab's da. Aber alter, Fuck! Ich hab's da. Schock! Ich hab's da. 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 Hä? Der Steckzeit ist wertweg. Du Reel, was machst du? Ihr seid vergiftet, jetzt bin ich auch vergiftet. Ich kann nicht mehr heilen. Bin ich auch vergiftet. Wir müssen hier raus. Alter. Ich kann nichts mehr zaubern, ihr auch nicht? Nee, ich kann liegen im Haus der schöne Metriker. Alter. Noch 20 Sekunden bin ich vergiftet. Alter. Der Brust weg. Miki hat noch so ein Ball gelebt. Ich hab ihm einen Trank eingeschmissen, sonst wäre ich kaputt gewesen. Sag mal, ich hab keinen. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann jetzt gleich wieder. Jetzt. Jetzt kann ich auch wieder... Alter, Leute, was ist hier los? Ah, das ist... Was soll ich denn dann machen? Wenn ich vergiftet bin? Wenn das Ding uns alle drei vergiftet, kann niemand mehr was machen. Ja, ich kann euch ja entgiften, aber wenn ich selber vergiftet bin... Dann nur da, was ich nicht angreifen. Oder habe ich irgendeinen Gegner mitgegeben? Oder brauchen wir denn Gegner? Ich denke schon, um die Türe zu öffnen. Ich denke, wir brauchen jeden Boss. Ich muss mal den Trank einschmeißen. Nee, der heißt für Kilian... irgendwas. Komm, jetzt probieren wir es nochmal. Ich halte mich einfach, soweit es geht, weg von dem. Ich bleibe am besten hier draußen stehe und heile so ein bisschen. Okay. Ah, das ist ein Scheiße. Es geht übelst ab, halt. Ganz neue Methode hier, gell? Los geht's, komm. Sind wir hier vielleicht im Hard Mode drin, oder? Es gibt nur noch Hard Mode. Es geht schon in Hard Mode. Truff, lasse, truff, lasse, truff, lasse, komm. Jawohl, mich ist ganz stark. Fuck! Jetzt geht's schon da los. Ich entgifte dich. Ganz stark, Saschi. Jawohl, 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 komm, komm, komm. Ah, der haut ab. Läuft gut, läuft grad gut. Ah, Saschi, 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 weg, 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 weg. Oh, ne, der Heiler, ne, der... Jetzt bin ich vergiftet, ich bin vergiftet, ich bin vergiftet. Danke, danke, danke. Ah! Duril, hebst du, komm, komm, Junge. Ah, ne, jetzt wieder raus. Drecksau. Duril ist vergiftet. Alter, ist das ein Monster, ey. Ne, das gibst du. Klar, hämmers, klar, hämmers. Komm, komm, komm. Zwei Sekunde, zwei Sekunde, eine Sekunde. Jawohl. Jawohl. Eilige Scheiße. Alla die Minibosse. Wie die schon ein Lunze. Da droht was Schönes. Möbius Reif, den hab ich schon. Den hab ich auch schon. Ne, hab ich nicht, aber ich glaub ich hab Besseres. Was Besseres? Ja, oder gleich Gutes, wie Möbius Reif. Danke, ja. Ah ja, dann kriegt's Sashi. Komm. Sieh. So, weiter geht's, Leute, ey. Läuft doch. Ich nehme mir erstmal das Möbius-Ding an. Irgendwo öffnet sich eine Tür. Schon wieder. Jetzt machen wir den dritten auch hier, ne? Wo ist der nochmal? Vorne. Ach stimmt, der fehlt noch. Ah, der ist da. Mal gucken, was der für Technik drauf hat. Oder die. Das sind ja drei. Drei auf einem. Blutpirscher. Ah, ich glaub, dass das davor sind zwei. Ohne, das sind vier. Das hört sich aber eher wie... Wie irgendwie... Ey, das sind das normale Gegner, das sind keine. Aber halt vier auf einmal. Ja. Egal. Also. Go. Hauen wir's dir weg. Achtung. Mach mal einen Kreis. Die Schnäpse ist schon gut, ne? Übel. Alter. Einer staunen. Was ist das, Sashi? Ja, ich versuch, Miki grad ins Visier zu kriegen. Also wir wissen, dass das nur normale Dings sind, sind die schon gut, ey. Oh, Mann. Jetzt hat's dir nach hinten wegfetzt, ein schwerer Daun. Einer lebt noch. Gut, Jungs. Sauber, 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 sauber. So. Äh. Was? Was ist? Hier geht's ja weiter. Ja. Ich glaub, man hätte die gar nicht kaputt machen müssen, die Dinger. Achtung, das könnte ein Hinterhalt sein. Gell, ich erwarte, ich rechne mit allem. Ah, ist denn wie das so... Vier Stück. Mhm. Okay. Tanks erst mal gut, oh, Duriel. Ah, guck mal, die erste ging gleich auf euch. Ohne dass ich was macht, so. Ja, ich heilhalte. Nee, aber bevor ich Angriff hab, war ich das drüben. Oh, ich häng, ich häng, ich häng. Schätzlos, ja. Oh, jetzt kann man die Kreise wieder aufhören. Ah, jetzt krieg ich mich nicht. Ah, die lief jetzt besser. Ja. Ja. Ich glaub, wir müssen uns nur langsam dran gewöhnen. An das, wie's hier abgeht. Mhm. So, wo sind wir jetzt? Hm? Ich blick hier voll nicht durch. Ich auch nicht, ey. Warte mal. Ich find das voll verstorben. Ich geh mal hier rum. Und seid ihr? Ich bin hier und der mich hier. Hier ist ein Gestalt. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Was ist hier los? Wo seid ihr? Wo kommen die, wo kamen die Viecher her? Jungs, Jungs, Jungs. Oh, Mann, du Herr. Kilian. Kilians Musiker. Musiker. Alter. Oh. Ey, aber das ist wieder eine beschissene Ansicht hier gewesen. Kilian ist so ein Assozialer, ey. Der weiß gar nicht, was er macht hier. Was ist, die rennen von unten komplett hoch? Ja, müssen wir runter. Mhm. Tragia, was, Tragia, Tragia runter, Halle, oder was weiß ich. Ja, da müssen wir runter. Genau. Ja, das ist wieder eine Weile.